So sieht es aus, wenn die Marktteilnehmer sich mal kurz erschrecken. Zumindest beim Nasdaq saß eben gerade nicht so doll aus. Fünf Minuten Chart, wir machen das Ganze mal groß. Ihr seht, ein deutlicher Rücksetzer. Wir waren hier oben schon 14.675 circa. Jetzt aktuell hier unten irgendwo um der 500er Marke. Das ist schon mal etwas, da geht es schon mal nach unten. Allerdings machen wir uns nichts vor. Im großen Bild ist die Frage, inwieweit das wirklich negativ beeinflusst. Eigentlich sollten wir mit der Geschichte sogar gerechnet haben. Denn wir hatten hier hinten immerhin eine starke Abwärtsbewegung. Irgendwas, was doof aussieht, offensichtlich eine Pause war. Und jetzt nochmal die Fortsetzung nach unten ist noch nicht so arg außergewöhnlich. Bevor wir uns das hier im Nahkampf Chart nochmal angucken, ganz kurz die Einschätzung nochmal aus dem übergeordneten Bild. Und dann erinnern wir uns, naja, irgendwie sowas dieser Art, das muss nicht exakt so sein, aber irgendwie was dieser Art, dieser Größenordnung erwarten wir ja. Also insofern würde das mit diesen Bewegungen, die wir jetzt jüngst gesehen haben, ja noch nicht mal kollidieren. Der Nasdaq also, ja, auf der Abwärtsseite unterwegs, aber die nächsten vorläufigen Ziele mal irgendwo im Bereich 14.400 bis 14.300. Das wäre mir allerdings eigentlich zu klein, denn dieser Rücksetzer wäre eher so etwas wie hier oder wie da. Vielleicht noch wie hier, der obere da. Aber theoretisch bräuchten wir eigentlich eher etwas, was diesem hier nahe kommt. Und das ist etwas, was wir hier eher verorten. Also so ungefähr bei 14.150 von mir aus. Das wäre ziemlich exakt das. Das kann ein bisschen kleiner, ein bisschen mehr sein. Also das müssen jetzt nicht exakt diese Boxen sein. Bitte nicht davon ausgehen, oh, guck mal, da hat er die Box gemalt, da muss er genau zielgerichtet hinlanden. Aber das wären alles normale Rücksetzer, die eben korrespondieren zu dem, was wir hier vorne gesehen haben. Also den Anstieg, den wir hier hatten, dann hier die größere Pause, dann Anstieg mit kleineren Pausen hier drin und jetzt entweder wieder eine kleinere Pause oder von mir aus eben die etwas größere Pause, um dann, ja was dann? Naja, eigentlich sind wir im bullischen Bild und der Rücksetzer, auch das, was wir bisher sehen, ist nicht in der Lage, das Bild jetzt zu drehen. Das heißt nicht, dass der Markt natürlich nicht das machen kann. Das kann durchaus passieren. Wir wissen alle, was für Nachrichten da eventuell eines Tages nochmal aufschlagen und den Markt in eine ganz schlechte Stimmung bringen. Aber all diese Rücksetzer, auch was in diesem Bereich sind, eigentlich keine Wendeindikationen, sondern nur einfach, da ist halt wieder mal eine Pause. Was stellt ihr euch vor, dass es nur nach oben geht? Also ihr seht, ich bin immer noch relativ bullisch eingestellt. Es hat sich, also nicht relativ bullisch, ich bin bullisch eingestellt. Es sieht immer noch nach oben aus. Allerdings die Erwartungshaltung, dass wir im Kürzeren durchaus beim Nasdaq nochmal runtergehen können, das dürfte auf 14.000 werden. Aber wenn es dann deutlich da drunter geht, dann muss man sich ernsthaft Gedanken machen, warum, was ist jetzt der Plan? Natürlich, wenn wir hier im Tageschart gucken, dann haben wir natürlich hier vorne auch noch andere Korrekturen, die dann vielleicht in den Fokus geraten. Also diese Größe, die könnte ja hier ebenfalls noch passieren. Das wäre allerdings dann schon eine andere Hausnummer. Dann würden wir schon über einen Rücksetzer sprechen, der bis höchster Punkt, tiefster Punkt, nehmen wir mal an, es bleibt bei dem höchsten Punkt, der bis hier hin runter reicht. Also ihr seht, selbst 13.550 wäre in diesem Bild jetzt noch nicht so richtig komisch. Allerdings bleiben wir mal auf dieser Zeitebene, nachdem wir dieses Verhaltensmuster haben. Ganz toll wäre es, wenn wir hier fünffällig unterwegs sind. Also da bräuchten wir eher diese Größe und nicht die. Also my best guess, das ist immer keine Garantie, dass das passiert, aber eine Orientierungshilfe ist, dass wir früher oder später und möglicherweise sogar jetzt hier an der Stelle etwas kriegen, was mit dieser Korrektur, das war die Korrektur hier im März, Ende März, April, irgendwie was mit der hier korrespondiert. Das wäre im Prinzip das, was ich jetzt am liebsten hätte, denn das wäre durchaus immer noch ein bullisches Verhalten. Dann hätten wir nämlich hier quasi in dieser Aufwärtsbewegung intern einen kleinen Fünffäller und würden danach wieder irgendwie so eine Korrektur hier bekommen. Das wäre dann die nächste. Also ihr seht, im Moment argumentiere ich eigentlich alles auf der Aufwärtsseite, solange die Abwärtsbewegungen, die hier passieren, eben impulsiv nicht sind, sondern korrektiv. Naja, super. Also erstmal korrektiv runtergehen, da spricht natürlich sowieso vieles für die Aufwärtsrichtung. Also ihr seht, ich bin nicht wirklich negativ eingestellt. Trotz alledem würde ich erlauben, dass wir ohne weiteres auch notfalls bis zu 500 Punkte noch jetzt nochmal nach unten gehen. Das muss nicht ganz so tief reichen, aber ganz so stark wundern würde mich es ehrlich gesagt nicht. Wenn das passiert, es wäre alles noch in Ordnung. Damit muss man wohl leben oder umgehen können. Erst wenn es dann deutlich tiefer geht und in diese Region oder sogar diese hier durchstößt, dann muss man sich ernsthaft fragen, ob da nicht vielleicht doch so ein Szenario kommt. Aber an diesem Punkt hier oben, wo wir jetzt gerade sind, lassen sich diese Szenarien jetzt überhaupt nicht erkennen. Also es gibt jetzt überhaupt keinen Grund, zwingend davon auszugehen. Deshalb eine Überlegung für die etwas Aktiveren unter euch, mit engeren Stops zu arbeiten, um einfach zu sagen, ich warte doch nicht ab, bis er da unten ist. Ich gehe dann lieber jetzt raus und versuche unten wieder einzusteigen. Für die etwas weniger Aktiveren, die jetzt auch nicht ständig hin und her wollen, auch aus Sorge vielleicht den Wiedereinstieg zu verpassen, dann sollte der Stop sicherlich eher hier unten irgendwo liegen, unter der 14.000er. Man hat dann natürlich diese 500 Punkte verloren, wenn er durchfällt. Aber die Chancen sind relativ groß oder die Chancen sind relativ groß, dass er danach wieder ansteigt. Und dann hat man sich das mit dem Wiedereinstieg entsprechend gespart. Also diese Entscheidung müsst ihr für euch fällen. Ob ihr sagt, okay, ich möchte lieber enger absichern, dann müsst ihr halt häufiger aktiv werden. Oder ob ihr sagt, naja, das will ich eben genau nicht. Dann müsst ihr aber damit leben, dass es euch immer wieder auch, falls der Kurs runtergeht. Das ist ja nicht zwingend, dass er das jetzt hier macht. Aber es wäre eben so langsam, aber sicher mal an der Zeit und auch keine unnatürliche Bewegung, wenn er irgendwie diese Marken da ansteuern würde. Für die Intraday-Händler heute ist das vielleicht gar nicht so unangenehm, denn diese Bewegung, die wir hier haben, ist erstmal ein Mega-Impuls, in dem Fall nach unten. Das heißt, wenn wir hier irgendwie was Korrektives in die Mitte wieder reinkriegen, also man kann sagen, diese Strecke und dann die Mitte davon da rein, also etwas laienhaft gezeichnet, wenn er da irgendwie hinwackeln würde, bitte merkt euch die Zahl jetzt noch nicht, weil das hängt natürlich noch davon ab, wo dieses Tief ist. Wenn er jetzt weiterfällt, müsste diese Zeichnung natürlich entsprechend anpassen. Also das ist jetzt diese Kiste hier als Ziel für eine mögliche Korrektivbewegung, bezieht sich da drauf, wenn es hier bei diesem Tief bleibt. Und dann wären das im Anschluss eben Fortsetzungen, die man dann eben auf der Short-Seite dann eben nochmal in Richtung meiner Zieleboxen dann gegebenenfalls nochmal handeln kann, wenn man das denn möchte. Der S&P ist relativ ähnlich drauf. Vielleicht beim S&P nochmal einen Hinweis. Der S&P ist so langsam aber sicher, hat er sich an diese Zwischenhochmarke herangerobbt, das ist ja hier Korrektiv nach unten. Und beim DAX, der ist schon drüber, schon vor einiger Zeit. Der Nasdaq ist vor kurzem drüber, wir haben darüber gesprochen. Diese Abwärtsbewegung sieht korrektiv aus und der Bruch dieser Zwischenhochmarke triggert durchaus die ein oder andere Long-Überlegung. Also ihr seht, ich bin auch beim S&P 500 jetzt in diesem Fall auf jeden Fall eher auf der Long-Seite verortet. Wie gesagt, auch hier, wir müssen mit diesen Rücksetzern rechnen. Hier muss ich aber sagen, tue ich mich ein bisschen schwerer, wie tief es denn jetzt hier runter geht, weil dieser Anstieg irgendwie, was ist denn das für ein Anstieg? Ist das korrektiv? Eigentlich sieht das korrektiv aus. Also wenn ich ehrlich bin, so richtig glücklich bin ich damit nicht, was das angeht. Man hat irgendwie so den Eindruck, naja, das sieht hier mit vielen Rücksetzern alle überschneiden, sieht nicht gut aus. Allerdings, solange wir oberhalb dieser Marke bleiben, das ist 4.240 in etwa, solange wir oberhalb bleiben hier, diese Zwischenhochs von Ende Mai, ja Ende Mai hier, die Zwischenhochs, würde ich sogar auch direkt das bullische Bild hier nochmal wieder gespiegelt sehen. Also da würde ich jetzt sagen, okay, ein bisschen eigenartige Bewegung, erste Hoch, eine sehr eigenartige Korrektur. So eigenartig ist sie nicht, aber die Form ist ein bisschen extrem. Aber ist noch das bullische Bild. Erst wenn er hier durchgeht, die 4.240 in etwa, dann würde ich tatsächlich mir nochmal Gedanken machen, ob wir nicht tatsächlich die 4.080, 60 irgendwie diese Zone sogar nochmal ansteuern. Aber das ist erst, wie gesagt, wenn wir da noch ein gutes Stück tiefer gehen. Also da haben wir noch ein bisschen Platz bis dahin. Aber jede Überschneidung nach oben, also in dem Fall von oben nach unten, auf dem Weg nach oben, jede Überschneidung, die lässt mich zweifeln, ob der Wille oder die Kraft der Marktteilnehmer dort ausreicht, um jetzt direkt da nach oben zu gehen. Beim Dow Jones dagegen bin ich wieder mega bullish. Ich blende es mal ganz kurz ein. Ihr wisst das ja, hier hat sich nicht wirklich was verändert. Es sieht alles hier auf bullish aus. Und wenn ich mir dieses hintere Teilstück nochmal angucke, also wir haben hier getriggert, das sieht gut aus. Oder wenn ich selbst hier im 5-Minuten-Chart angucke, Anstieg, wackelig runter, ja, sehr tief, aber eben wackelig runter, Anstieg, vielleicht jetzt wieder wackelig runter und Anstieg. Das sind alles 5-wellige Verhalten. Also so richtig sehe ich im Moment nicht, dass die Bären hier die Überhand oder Oberhand gewinnen. Allerdings möchte ich möglichst wenig Überschneidung. Das heißt, für mich ist ein erster Lackmus-Test die 33.320. Das ist hier dieses Zwischenhoch vom Ende Mai hier auch wieder klar. Die sind natürlich assoziiert, diese Hochpunkte. Das sollte er eigentlich nicht mehr überschreiten. Warum nicht? Naja, wenn er da jetzt durchgeht, dann sieht das schon sehr korrektiv oder eben dreiwellig sogar aus. Also dieser Teil hier vorne dreiwellig. Und dann wäre das eben noch nicht das bullische Szenario. Aus meiner Sicht nicht das Favoritenbild, aber denkbar wäre es, solange wir oberhalb bleiben, überhaupt gar keine Sorge. Wenn wir drunter gehen, dann sollte man ernsthaft nochmal sich Gedanken machen, ist es jetzt schon der richtige Einstieg. Das übergeordnete bullische Bild ist aber vorläufig dadurch nicht in Gefahr. Ja, und der DAX? Ja, beim DAX, da hatten wir gestern schon mal so ein bisschen detaillierter drüber gesprochen, über die verschiedenen Größenordnungen. Im Moment würde ich es fast so aufpassen. Fünffällig nach oben. Ja, die ist klein. Die ist größer. Aber es ist noch okay. Dann, dass wir hier quasi eine erste fünffällige Bewegung nach unten haben. Hier eine Seitwärtskorrektur. Viele von euch wissen inzwischen, was das ist. Und dass wir hier eben nochmal tiefer gehen. Da dürfen wir überschneiden inzwischen. Denn wenn es tatsächlich diese Zählung ist, sind wir ja fünffällig hoch. Und wo wäre das Ziel für diese Bewegung? Das messen wir jetzt nochmal gemeinsam. Tiefster Punkt. Höchster Punkt. Ihr erinnert euch. 38, 50, 61, 8. Da müsste er idealerweise reingehen. Nicht zu schnell. Deshalb mache ich häufig mein Winkelmesser immer so dazu. Also lieber ein bisschen rechts davon. Jetzt waren wir hier ja schon. Jetzt könnte man sagen, wieso? Dann sind wir doch schon fertig. Ja, aber in diese Box sollte er korrektiv reinlaufen. Und wie er bis dahin in diese Box reingelaufen ist, ist etwas, was wir reinrassig als einen Impuls bezeichnen. Nämlich fünfwellig, stark in eine Richtung, ohne Kursüberschneidung. Das heißt, diese und diese Gegenbewegung haben sich nicht überschnitten. Diese und diese hier. Das heißt, ich habe den Verdacht, dass wir hier sogar nochmal einmal runtergehen. Das muss jetzt nicht exakt so weit sein. Gerne ist es ähnlich groß. Also 1 zu 1 Projektion kann man hier anwenden. Und dann sieht das so ein bisschen aus, als ob wir vielleicht die 61 Achtermarke beim Index dann nochmal anpingen. Das ist ungefähr. Aber komm, machen wir es nochmal einmal konkret. Schöne Übung dazu. Also wir messen quasi den ersten Teil von da oben, von dem höchsten Punkt bis zum Endpunkt, der voraussichtliche Endpunkt dieses Fünfwellers. Und jetzt von hier dem höchsten Punkt. Da war er. Und dann seht ihr hier die 100% Projektion. Das wäre quasi die gleiche Größenordnung vorne wie hinten. Wir hätten hier in der Mitte quasi so eine Seitwärtskorrektur. Seitwärtskorrekturen unterschießen häufig und machen dann nochmal hoch. Und ganz gute Voraussetzungen, dass er hier hingeht. Würde ich jetzt hier einfach shorten an der Stelle? Nee. Weil das wiederum ist, finde ich, jetzt kein guter Plan. Aber du gehst doch davon aus. Naja, ich gehe eher davon aus, dass wenn er hier hingeht, hier eine Unterstützung ist. Und ich hier unten beim Knubbel gucken kann, ob ich hier vielleicht eine Longposition aufbauen kann. In freudiger Erwartung, dass das weiter nach oben geht. Wir erinnern uns, DAX 18.000, ich will es nicht beschreien, aber im Moment alle Szenarien, selbst diese Rücksetzer hier, sprechen noch eher in diese Richtung, dass es da noch weiter nach oben geht. Allerdings bei jedem Mal, wo wir solche Marken durchstoßen, sollten wir skeptischer werden. Und nicht nur wir, sondern wahrscheinlich die anderen Marktteilnehmer auch. Und dann ist es vielleicht ganz gut, mal Gewinne mitzunehmen und zu sagen, ich gehe da mal raus. Aber jetzt bei diesem Rücksetzer, das ist eigentlich alles ganz normal im Sinne von einer 1, 2, 3, 4, 5, einer erwartbaren A, B, C und anschließend dann Bewegung nach oben. So, warum jetzt nicht Short gehen? Ich habe doch gesagt Short. Ja, ich finde Short nicht so schlecht. Aber so pauschal jetzt hier einfach Short gehen, finde ich eigentlich nicht so toll. Weil das Problem ist, mein Stop müsste dann ja ungefähr hier liegen, beziehungsweise ein bisschen tiefer. Also ich sage jetzt mal hier, die 78er liegt ungefähr da. Mein Gewinnziel ist ungefähr hier. Kann man machen. Also mit diesem Chance-Risiko-Verhältnis könnte man tatsächlich sagen, okay, kann ich da nicht jetzt einfach pauschalen Shorty machen. Wenn es gut geht, ist super. Wenn es nicht gut geht, habe ich einen kleinen Verlust. Wenn ich das zigmal mache, sollte das in der Summe aufgehen. Da finde ich es persönlich noch etwas schöner, wenn uns der Markt eine gewisse Zusatzinformation gibt. Und die könnte so ähnlich sein wie hier. Starker Rücksetzer, dann hier in drei Wellen nach oben und der Trigger hier auf der Abwärtsseite. Das kann hier ja auch passieren. Und wenn er mir dann hier diesen triggert, das wäre dann für mich eine wunderbare Short-Idee. Das finde ich besser, als einfach jetzt mal sagen, ach komm, ich gehe da jetzt mal Short, wer weiß, wofür es gut ist. Ich mag es lieber gerne mit dieser Bestätigung. Also jetzt ein bisschen wackelig nach oben, um dann mich dann nochmal auf die Short-Seite zu bringen. A la diese Bewegung, die wir hier haben, dann eben die Fortsetzung nach unten. Also zusammengefasst kann man sagen, irgendwie hat man den Eindruck, dass aktuell die Märkte eher auf der Abwärtsseite unterwegs sind. Klar, das habt ihr auch schon festgestellt. Ich glaube aber, wir haben sehr realistische Chance, dass das noch ein bisschen weiter geht. Also bis hierhin, das hier nicht beachten, das ist ein anderes Fallmodell gewesen, das wir besprochen haben. Das ist aber im Moment nicht das Zwingende oder das Vorrangige. Aber ich sage mal hier beim DAX ungefähr so in die Zone rein. Was ist es hier? Das ist der DAX-Index 15.830. So in etwa, das kann ein bisschen weniger, ein bisschen mehr sein. Damit muss man wohl rechnen. Allerdings insgesamt übergeordnet sehe ich, wenn wir diese Marken nicht massiv durchstoßen, also hier diese Unterseiten, die 733 zum Beispiel, wenn wir das nicht massiv durchstoßen, sollten wir eigentlich im bullischen Bild bleiben und das auch noch ein gutes Stück weiter nach oben treiben. Wenn er da durchgeht, dann sprechen wir uns natürlich sowieso wieder neu. Aber dann werden irgendwann auch vielleicht wieder 13.000er Levels interessant. Aber vorher erst nochmal vielleicht, was haben wir hier, 15.500er Marken. Also ihr seht, an solchen Levels kann man früh entscheiden, nicht zwingend, aber zumindest mal eine ganz gute Voreinschätzung machen, ob man dann sagt, ah komm, ich gehe dann lieber raus und spare mir dann nochmal ein paar hundert Punkte, denn das eröffnet das Türchen für den nächsten weiteren Schub nach unten. In diesem Sinne drücke ich euch jetzt für eure eigenen Handelsentscheidungen die Daumen, wünsche euch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.